Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dein C hat sich bewegt! Doch! Dein C hat sich bewegt! Malte! Das ist ja unglaublich! Malte! Scheiße! Okay, Chrissi. Den Fibularis Profundus. Vom Wadenbein ab hier. So. Magst du was Kitzeltes? Zwischen großer und mittlerer Zehe. Habe ich. Gut, alles klar, Chrissi. Gut, danke. Nein, ich hab noch nicht gelernt. Ich hab was viel Spannenderes jetzt, ihr Lieben. Okay, tschau. Also, wenn du das jetzt hier spürst, ja. Das wär abgefahren. Ich merke nichts. Hab ich doch gleich besagt. Hm. Ach! Ach, warte! Da gibt's noch den Fibularis Superficialis. Der verläuft hier hinten. Am Fußrücken. Da. Da ist es noch sensibler. Ah! Magst du jetzt was? Malte! Uff. Na gut. Merkst du ja eh nicht. Malte! יכst du? er forum